Ich bin heute Mittag zum Essen zurück. Ach, du rauchst viel zu viel. Hier, bitte. Hier sind diverse Zeitschriften, die Tageszeitung, ein Stift für Kreuzworträtsel und noch ein Buch. Das müsste dir eigentlich gefallen. Ich hab keine große Lust zu lesen, Christopher. So, bitteschön. Hier sind Wasser und Fruchtsäfte, Orange, Apfel und Tomate, damit du mir nicht verdurstest. Hier, Adela. Das ist leider alles, was ich zu bieten habe. Es sieht zwar nicht besonders aus, aber es hat einen guten Empfang. Ich hoffe, es wird funktionieren und nochmal fühl dich hier wie zu Hause. Vielen Dank, Gaspar. Ach, in der Schule liegt in meinem Fach ein Zettel mit Notizen, auf dem steht, wie weit wir im Unterricht sind. Kannst du bitte Antonio bitten, mein Fach zu öffnen und dann demjenigen die Notizen geben, der für mich einspringen wird? Verlass dich drauf. Wenn du irgendwas brauchst, dann rufst du mich an, ja? Wir werden uns jetzt fünf Stunden lang nicht sehen. Du wirst mir wahnsinnig fehlen. Na los, komm schon, wir sind spät dran. Ja, ja, ich komme, ich komme. Wieso muss dir mir sowas passieren? Er hat sich geirrt. Nein, das sind die Falschen. Christobal, Christobal! Nein, das ist das. Nein, das ist das. Nein, das ist das. Vielen Dank.